Wo Silky-Steinbruch entdeckt. So. Seht sie es? Gucken wir mal. Achso. Na gut. Geht schon gar nicht weiter. Noch mehr Kohle. Gehen wir erstmal nach unten. Ach Gott. Ist ja noch wer. Ich glaube, ich soll den Typen da drüben einweisen. Dazu habe ich aber wirklich keine Lust. Bin schon eine ganze Woche lang richtig müde. Nachts liege ich ewig wach. Hoffen wir einfach, dass er die Arbeit verstehen wird. Ohne meine Hilfe. Ja denn? Kann man ja leicht den Überblick verlieren. Na? Ist das nur? Heute ist mein erster Arbeitstag. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Niemand unterweist mich. Alles hier fällt auseinander. Oh Gott. Kann man hier irgendwie helfen? Oh Gott. Ah, das sieht aus wie Eisen. Jawohl. Auch ich. Die beiden verstehen sich ja blenden, wie man sieht. Okay, haufenweise Kohle kriege ich auch mal in die 1. Lieber Kohle. Sieh schon. Okay. Gregory reißt sich zusammen. Heute ist dein erster Tag. Alles dreht sich nur ums Graben. Es sind alle Probleme draußen vor der Tür. Heute ist dein neuer Tag. Tief durchatmen. Und chillen. Alles klar. Oh, das war aber Glück. Na, was gibt's hier? Nochmal Eisen. Prima. Ups. Das war zu viel. Boah, ich weiß gerade nicht, ob man das hört, aber es regnet draußen gerade richtig krass. Wow. Hoffentlich verliere ich hier nicht gleich die Orientierung. Das ist immer eigentlich nicht so einfach bei mir. Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter. Da auch nicht. Also, muss ich jetzt wohl hier die Treppe hoch. Oh, das war's schon. Mein Manager ist echt gestresst. Er meinte, ich solle heute still sein. Ich solle nicht einmal mit dir reden. Okay. Heute kommen welche von der Verwaltung. Ich sollte einen guten Eindruck auf sie machen. Ich habe meinen geschäftlichen Gesichtsausdruck geübt und so weiter. Hoffentlich sehen sie mich in dieser Finsternis überhaupt. Von diesem Bergwerk direkt in die Vorstandsetage. Es geht bergauf. Na dann viel Glück. Ja prima, Eisen brauche ich. Noch irgendwo ein versteckter Gang? Schade, weil da gibt's wohl nix. Aber immerhin ein bisschen Eisen. Wenn man die Sonne nicht sieht, kann man so tun, als sei immer Mittag. Das sagt mein Chef immer bei Meetings. Liegen da Bücher? Eisenherz. Kann man hier was machen? Nee. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Es kann ja nicht richtig sein, dass ich jetzt den ganzen Weg hier wieder zurückgehen muss. Ich glaube, ich sollte dringend mal nach Hummingberg und diese, nennt sich das noch gleich, meine Obolusse eintauschen. Weil das ist ja jetzt ziemlich sindfrei hier. Aber gut, geht auch. Wenn man jetzt noch den richtigen Weg gehen würde. Aber so ist das mit Frauenunterorientierung. Sonst gäbe es ja nicht zu lachen. Und... Was? Hier noch was? Da nicht. Und... Da auch nicht. Okay. Dann sind wir hier wohl durch. Urogawa entdeckt. Das sieht doch auch sehr ländlich und teig und... Aber Bäume und Pilze wird es doch bestimmt auch für mich geben. Okay, dann gucken wir mal. Juden gibt schon mal nix. Verwendung des Wortes feucht sollte illegal sein. Okay. Wo ist mein Bruder? Oder er sollte hier sein. Kann man jetzt hier was machen? Loss springen kann ich nicht. Nein, danke. Ich brauche dein Zeitschriften-Abo nicht. Oder was auch immer du mir andrehen möchtest. Uiuiui. Wo könnte er denn nur sein? Oh, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich benötige dringend Hilfe. Ein freundliches, vertrautes Gesicht sagt mir, dass du eine hilfreiche Person bist. Also, ich möchte diese Sammlung aus fünf traditionellen Holzdrucken vervollständigen. Die stammen aus der Ushiro-Epoche und sind daher unheimlich wertvoll. Vier davon habe ich bereits gefunden, doch den fünften konnte ich noch nicht aufspülen. Ich bin mir aber sicher, dass er sich in diesem Dorf hier befindet. Außerdem weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass Theodore, der örtliche Händler, ihn bis vor kurzem noch in seinem Besitz hatte. Aber er leugnet seine Existenz. Was für ein lästiger, kleingeistiger Mann. Wasch bei ihm. Marder. Hund. Was auch immer er ist. Aber mit deiner Hilfe, ja mit deinem liebenswürdigen Lächeln und deiner friedfertigen Ausstrahlung. Nun, ich bin mir sicher, dass du dich einschmeicheln und dieses letzte wertvolle Stück erwerben kannst. Das wäre das letzte Teil dieses komplizierten Puzzles. Na dann los, Skipperin. Ich kann es kaum erwarten. So, so. Ah, hier komme ich wieder nicht rein. Willkommen bei den weltberühmten Furugawa-Führungen. Sie dauert etwa 5 Minuten und widmet sich der reichhaltigen Geschichte dieses Dorfes. Danach wirst du unzählige Anekdoten über diesen Ort kennen. Damit wirst du im Mittelpunkt jeder Party stehen, falls du mal zu einer gehen solltest. Bereit? Na gut. Perfekt, dann fangen wir mal gleich an. Ein mächtiges Symbol. Er richtet, um böse Geister fernzuhalten und diese Insel für zukünftige Generationen zu segnen. Manchmal verweilen Inselbewohner auf dem Heimweg bei diesem Baum. Leicht, um einem verschollenen Bruder, einem kranken Kind, einer verflossenen Liebe zu gedenken. In den Legenden heißt es, dass er manchmal spricht. Ein weiteres Element der reichhaltigen Kultur dieser Insel. Mir persönlich ist Verlust fremd. Manche behaupten, ich würde nur an meine eigenen Probleme denken und nicht an andere Leute. Nun ja, egal. Solange ich weiterhin diese Führung machen kann... Na dann mal los. Wer dieses Dorf so dynamisch ist, hat Rackun ja auch eine Niederlassung. Für die meisten ist dieser Laden die beste Bezugsquelle für Materialien und Waren. Zufälligerweise ist er auch der einzige Händler im Dorf. Diese von Deodoro Rackun gegründete Ladenkette ist das Fundament einer florierenden Wirtschaft. Kleines Detail am Rande. Wer bei Rackun arbeitet, muss seinen Vornamen zu Theodoro ändern. Zu Ehren des Gründers nehme ich an. Ein wahrhaftiger Beweis der Hingabe. Ich selbst frequentiere diese Läden nicht. Ich stelle meine Bekleidung und Möbel selbst her. Das ist nicht wirklich bedeutsam, aber ein interessanter Fakt aus dem Leben deines Touristenführers. Na Mensch. Guck, hier ist auch so ein Schrein. Dieser Schrein wurde aus den edelsten Metallen errichtet. Aus der Asche des vorherigen Wachtturms erzählen diese Schreine die Geschichte unserer Vergangenheit. Diese Geschichte lautet folgendermaßen. Gib mir etwas Zeit. Bin mir da nicht ganz sicher. Deshalb ist das so wichtig. In meiner Vergesslichkeit erinnere ich mich an den Zweck dieses Schreins. Die Moral ist natürlich, vergiss niemals, wo du herkommst. Eine mächtige Vorstellung. Gehen wir weiter. Was willst du denn? Ihr endet unsere Führung. Wir von den Furugawa-Führungen freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Nochmals vielen Dank. Wenn dir die Führung gefallen hat, ist dein Trinkgeld angemessen. Naja, sind wir mal nicht so. Ah ja, ja. Hier. Braucht doch da Fähigkeiten. Erwerben. Wow, das war doch mal was. Halt in der Luft-Lehrtaste gedrückt, um zu klein. Okay. Kann ich auch fliegen? Den kann ich jetzt nicht verwenden, ne? Naja, war ja klar. Ah. Uiuiui, das wird aber schwierig. Krass. Okay. Das wird nur anstrengend. Ah. Oh. Ha. Erwischt. Möchte niemals nach Hause zurück. Hier zu sein, ist einfach großartig. Wenn du mein Haus benutzen möchtest, nur zu. Hier ist mein Schlüssel. Wenn die Tür nicht aufgehen sollte, zieh einfach kräftig dran. Die klemmt ständig. Ich möchte diesen Augenblick für immer genießen. Okay. Ja, prima. Das kann ich jetzt also schon mal. Oh, hier, Herr Halsabschneider. Was kriegt man denn bei dir für so teure Sachen? Boah, 2700. Okay. Ach, die anderen Sachen sind dann wohl wirklich nur für den einen Vöck gedacht. Fleisch. Na ja, muss ich ja dann wohl, ne? So, jetzt ist es aber gut. Samen. Apfel. Weiß. Flax brauche ich nochmal. Anu ist gut. Ich komme hier vielleicht rein. Da war ich glaube ich schon. Gibt's ja gar nichts zu holen. Ah. Meins. Hm. Nun nicht das, was ich wollte. Äh. Äh. So. Du bist echt geschickt. Ich komme hier hoch, um die anderen von oben zu betrachten. Alle sind so klein. Ich fühle mich groß und stark. Wenn du meine Mutter triffst, sag dir einfach nicht, dass ich hier bin. Ich möchte dieses Gefühl nur etwas länger genießen. Kein Problem. Cool. Ach, schade. Vielleicht muss ich nochmal zurück. So, du Halsabschneider hier. Lässt unsere Auswahl zu wünschen übrig? Bist du vielleicht an besonderen Objekten interessiert? Oh, du suchst einen Holzdruck. Ja, ja, ich erinnere mich, der lag ewig in meinem Vorrat an Besonderheiten und plötzlich waren alle ganz wild darauf. Zu Es kam dieser pedantische Kerl sehr unhöflich. Was noch schlimmer war, er hat um alles wie verrückt gefeilscht. Ihm habe ich nicht mal was von dem Holzdruck erzählt, habe ihn stattdessen mit Müll abgespeist. Später kam diese riesige Walrostdame und bestand darauf, dass ich ihr den Druck verkaufe. Ich habe mir überlegt, sie hochzuhandeln. Aber sie hat mir ein fettes Angebot gemacht. Eins kann ich dir sagen, die Dame war stinkreich. Leider habe ich keine weiteren Informationen. Und den Druck kann ich dir auch nicht beschaffen. Aber sieh dir ruhig meine Wahn an. Cool. Du warst das nicht. Du warst das. Aha, da bist du ja wieder. Hast du den fehlenden Druck gefunden? Nicht? Er wurde schon verkauft. Aber wie kann das sein? Moment mal. Gibt es da etwa noch einen Sammler? Eine Walrostdame, sagst du? Aha. Natürlich. Natürlich steckt sie dahinter. Oh, diese grauenvolle Frau. Diese kleingeistige, egoistische, herablassene Scharlatanin. Sie nennt sich selbst die Sammlerin. Ist das denn zu fassen? Dabei sammelt sie noch nicht mal irgendwas. Usi hat den Druck sicher nur gekauft, um mich zu ärgern. Ich hätte ihr niemals von meiner Sammlung erzählen sollen. Diese widerliche alte Vettel. Aber vor ein bisschen Konkurrenz werde ich nicht zurückschrecken. Die hässliche Hexe versteckt sich. Und zwar vor dir. Ich weiß nicht genau warum. Aber als sie von einer neuen Seelenfehrfrau gehört hat, ist sie wie eine erbärmliche Küchenschabe davon gewuselt. Wie passend. Ja, ja, du bist die Seelenfehrfrau. Erzähl mir was, das ich nicht weiß. Sie hätte mir aber nicht verraten sollen, wo ihr versteckt liegt. Sie hat sich bei diesen Koordinaten verkrochen. Start dir doch mal einen Besuch ab. In Ordnung? Wenn du sie triffst, zeig ihr diese Figur. Sie wird schon wissen, was das zu bedeuten hat. Glaub mir, das wird sie. Das? Oh, mach dir da keine Sorgen. Das ist eine Tant von Theodore. Na gut. Dann gehen wir mal. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora. Shit. Ich hoffe, das hat euch gefallen.